Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar in der diskreten Fertigung zu dem Thema Harmonie zwischen der Konstruktions- und der Produktionsabteilung. In erster Linie geht es um PDM, Produktdatenmanagement. Mit dabei ist Michael Ehring. Wir warten nochmal eine Minute und lassen nochmal die restlichen Teilnehmer sich in dieses Webinar einwählen. Michael, grüß dich. Hallo Mick. Du bist ja ein alter Hase in der diskreten Fertigung. Ach ja. Ja, dann erzähl nochmal ein paar, drei, vier Sätze zu dir. Ja gut, also ich bin, mein Name ist Michael Ehring. Ich bin bei der Cosmo Consult im Business Development für das Thema diskrete Fertigung zuständig. Mit dem ganzen ERP-Thema beschäftige ich mich jetzt schon seit 1992, 1993 und ich sage immer, bevor ich zur Cosmo Consult kam, habe ich mal was Anständiges gemacht. Also ich war auf der Anwenderseite und habe mich da auch mit ERP-Einführung in verschiedensten Bereichen, also Schwerpunkt aber Produktion, Einkauf und Kalkulation beschäftigt. Bis ich dann zur Cosmo Consult gewechselt bin, ja auch jetzt schon seit ein paar Jahren den Job auf der Anbieterseite mache. Ja, das war super. Mein Name ist Michael Wilp, ich bin für das Produktmarketing bei der Cosmo Consult, auch schon seit vielen Jahren dabei, seit 2005. Ja, wollen wir mal starten, Michael. Du hast die Macht. Dann wollen wir nochmal sehen, wie die Harmonie zwischen den Abteilungen aussehen kann. Ja, unser heutiges Thema hat eigentlich die Frage, schließt eigentlich die Frage vorweg, warum Fertigungsunternehmen an sich jetzt Gedanken machen sollten, sich mit IT-Modernisierung Gedanken zu machen. Es gibt die verschiedenen Bereiche und es gibt vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, ja, verschiedenartig die verschiedenen Systeme miteinander zu inter, ja, interdisziplinär zusammen zu verheiraten. ERP-System, CAD-System. Wir werden ganz am Ende, darum haben wir es hier schon einmal kurz eingebunden, wir werden am Ende Ihnen die Landingpage zeigen, wo wir auch Referenzvideos, wo wir die ganze Webinarserie und auch Whitepaper hinterlegt haben, wo Sie dann tiefergehend noch in die Materie abtauchen können. Doch bevor wir nun starten wollen, haben wir noch eine kleine Umfrage für Sie, damit Sie jetzt, das sind wir, genau, die Harmonie zwischen Konstruktion und Produktion. Garten hat es mal auf den Punkt gebracht oder Garten hat es mal versucht zu definieren und hat herausgefunden, dass eigentlich das Zusammenspiel zwischen der Konstruktion und der Produktion die größte Herausforderung in der diskreten Fertigung sein soll. und das wollen wir von Ihnen wissen, in einer kurzen Umfrage, ich wähle sie mal eben aus, zack, starte sie auch gleich. Jetzt wollen wir gerne von Ihnen wissen, ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus, stimmt das, was Gartner sagt, ist die größte Herausforderung wirklich das Zusammenspiel zwischen der Konstruktionsabteilung und der Produktionsabteilung? Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt oder nein, das sehe ich anders. Ja, Michael, wie ist denn dein Harmoniebedürfnis zwischen den Abteilungen aus alter Erfahrung? Also ich denke schon und ich werde auch im Laufe des Webinars auf einige Praxisbeispiele eingehen, dass es halt gerade im Bereich der diskreten Fertigung an solchen Themen noch häufig hängt. Als ich mit Gartnern damals gesprochen habe, habe ich auch mal ganz provokativ die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich das Thema Industrie 4.0 im Bereich diskrete Fertigung? Und da kam halt die Antwort, dass man eigentlich noch schwerpunktmäßig mit dem Thema Orchestrierung von Konstruktion und Produktion sich beschäftigt und dass die Grundlagen erstmal dort gelegt werden müssen, bevor man sich halt in andere Themen begibt. Und ich glaube, gerade im Mittelstand ist das noch häufig ein Thema. Gut, dann schauen wir mal uns das Ergebnis an. Das ist unglaublich. Es haben 86 Prozent mitgemacht und 100 Prozent sagen, ja, das stimmt, das sehe ich genauso. Es hat keiner gesagt, nö, das sehe ich anders. Ja, Michael, das heißt also, Gartner hat nicht nur recht, sondern auch das, was du ja herausgefunden hast, hast recht. Das heißt, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Genau, dann schauen wir uns dann mal an, was ich da so vorbereitet habe heute. Und zwar, was bedeutet Harmonie in diesem Kontext? Also wir sprechen natürlich auf einer Seite von Autorensystemen, die wir halt haben, CAD, PDM, PLM-Systeme und auf der anderen Seite, ich nenne es immer kaufmännische Systeme, wie halt ein ERP-System eigentlich eins ist. Das heißt, ein Thema ist auf alle Fälle, wie leite ich halt aus meinem Autorensystem die Daten ab, dass ich im ERP-System damit was gescheit anfangen kann. Dann kommt irgendwann, wenn die Daten da sind, das leidige Thema Änderungswesen, denn gerade im Bereich der diskreten Fertigung spielt ja immer der Kunde noch ein gewichtiges Wort mit, der noch Änderungswünsche hat. Teilweise bis kurz vor der Ausliefung oder noch danach und das muss auch eingesteuert werden. Dann habe ich unterschiedliche Sichten auf das Produkt. Das heißt, die Konstruktion hat eine Konstruktionsstückliste und die Produktion schaut aber ganz gerne aus dem Produktionsprozess auf eine Baugruppe, auf ein Produkt. Und das Ganze natürlich logischerweise auch unter dem Aspekt der auftragsbezogenen Konstruktion, wo das Ganze noch ein bisschen komplizierter wird. Wir haben auch mal unter Unternehmen im Mittelstand eine Umfrage gemacht. Das heißt, reicht eine einfache Integration aus? Klar, logischerweise haben viele gesagt, wir wollen ganz gerne auch eine direkte Anlage und Änderung von Konstruktionsdaten im ERP-System haben. Aber viele haben auch gesagt, es geht uns mehr um das Thema Transparenz, also zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit von Zeichenständen im gesamten System. Wir wollen auch die Transparenz über den gesamten Produktlebenszyklus haben. Wir wollen Änderungen dokumentiert haben. Wir wollen Prozesssicherheit gewinnen. Wir wollen alle Bereiche, die in diesen Prozessen eingebunden sind, auch wirklich, dass die integriert arbeiten. Und das Ganze hat natürlich das Ziel, dass ich halt dann schneller bin und meine Produkte schneller ausliefern kann. Und diese ganzen Hürden, die es dann gibt, dass ich die einfach mit Unterstützung nehmen kann. Werfen wir zuerst mal einen Blick auf den Datenaustausch. Bei dem Datenaustausch ist es eigentlich so, dass wir ein Konstrukt entwickelt haben, was man ganz gut in diesem Schaubild erkennt. Auf der linken Seite habe ich halt dann meine Autoren-Systeme, in diesem Beispiel ein CAD-System. Und rechts, wo Cosmo Consult steht, das stellen wir uns mal als ERP-System davor. In der Mitte haben wir halt unseren CAD-Connector, sprich den CAD-Link installiert, der zu einem definierten Zeitpunkt, entweder wenn Zeichnungsstände freigegeben werden oder auch manuell, aus den CAD-Daten die entsprechenden Stücklisten und Artikel-Daten ableitet, gleichzeitig auf das ERP-System zugreift und die Daten zusammenführt. Bevor sie in das ERP-System geschrieben werden. Das heißt, an der Stelle kann schon erkannt werden, ob die Daten, die aus dem CAD-System abgeleitet werden, ob die auch wirklich dann korrekt sind oder ob die im ERP-System zu Fehler führen. Viele Unternehmen arbeiten ja heute noch mit einer, ich nenne es immer, biologischen Schnittstelle. Also da sitzt irgendjemand und überträgt die Daten manuell. Andere haben halt dann vielleicht eine selbstentwickelte Schnittstelle. Aber viele Sachen haben einfach das Problem, viele Schnittstellenwege, dass auf der einen Seite die Konstruktion abgeschlossen ist. Das heißt, das Ganze geht aus der Verantwortung der Konstruktion raus. Dann wird es in das ERP-System importiert und da tauchen Fehler auf. Und diese Fehler werden eigentlich dann nicht zeitnah bearbeitet. Wenn es über klassischen File-Transfer und Badge-Input-Läufe passiert, stelle ich vielleicht erst dann Stunden später fest, dass da ein Fehler ist. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, den zu beheben, gerade wenn es halt um massive Daten geht. Wollen wir uns das jetzt mal im System angucken? Ja, auf alle Fälle, da habe ich mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier jetzt mal eine Baugruppe. Ich habe jetzt mal auf meinem kleinen Surface kein CAD-System drauf, sondern habe das Ganze mal auf Basis von einem SolidWorks Viewer gemacht. Diese Baugruppe hatte halt dann verschiedene Komponenten. Wenn jetzt der Konstrukteur mit seiner Arbeit fertig ist, startet er halt an der Stelle diesen CAD-Connector. Der greift über beide Systeme auf die Daten zu und das geschieht über Web-Services, leitet aus den CAD-Modellen die einzelnen Teile ab und stellt das Ganze in einer tabellarischen Form gegenüber. Jetzt sehen wir halt hier schon eine Reihe von Informationen, die abgeleitet worden sind. Was wir hier sehen, ist auch eine farbliche Codierung, die man auch dann parametrisieren kann. Jetzt haben wir hier etwas grünes stehen. Wenn ich mal auf die Einstellung gehe und die nochmal lade, kann man auch genau erkennen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Diese farbliche Codierung ist halt sehr wichtig. Da kann ich auf den ersten Blick schon erkennen, wie ist eigentlich der Status im ERP-System. Neue Teile sind jetzt grün dargestellt. Das heißt, in meinem Beispiel ist alles neu. Im ERP-System gibt es noch diese Stücklisten, diese Daten gar nicht. Wenn das der Fall wäre, würde eine gelbe Codierung darauf hinweisen, dass es irgendwo Unterschiede gibt zwischen den beiden Systemen. Und grau würde bedeuten, es müssen Komponenten an der Stelle dann gelöscht werden, weil die halt aus dem CAD-Modell herausgefallen sind. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, natürlich auch noch mir einen Listenbericht zu ziehen, wo ich genau erkenne, was das System macht. Ich kann von hier aus auch dann direkt auf die Eigenschaften des CAD-Objects darauf zugreifen. Aber viel interessanter ist, wenn man genau hinguckt, ist hier oben links der Speichern-Button ausgedrückt und ich kann klicken, so viel wie ich will. Und zwar habe ich jetzt mal ein paar Fehler provoziert, die es eigentlich aus der ERP-Sicht unmöglich machen, diesen Artikel anzulegen. Hier habe ich jetzt zwei Elemente, wo die Zeichnungssummer einfach zu groß ist, dass sie halt nicht in das ERP-System übernommen werden können. Also habe ich gar keine Möglichkeit, die Übertragung zu starten. Wenn ich jetzt mal das mal dahingehend korrigiere, dass ich einfach mal eine andere Baugruppe auswähle, eine tiefere Baugruppe, wo alles gepflegt ist und starte die Übertragung dann noch einmal, werden wir gleich erkennen, dass jetzt dann der Speicher-Button aktiviert ist. Das heißt, jetzt könnte ich die Daten in das ERP-System übertragen. Außerdem ist ein ganz gutes Beispiel, das sehen wir jetzt hier, jetzt ist er aktiv, dass ich hier sicherstellen kann, dass nur saubere und klare Daten in das ERP-System rüberkommen und ich dadurch halt eine ganze Reihe von Fehlern entsprechend vermeide. Gut, dann würde ich jetzt auch ganz gerne mal einen Schritt weitergehen, denn klar, man sagt, Grundlagen für ein ERP-System sind auf alle Fälle korrekte Bestände, logischerweise auch genaue Arbeitspläne, aber das Öl eines ERP-Systems sind ja in der Regel exakte Stücklisten und exakte Artikelstammdaten und das wird eigentlich über diese Integration dann gewährleistet. Ja, wenn wir dann nochmal schauen, die anderen Punkte, die aufgeführt worden sind, Nachvollziehbarkeit von Zeichnungsständen, Transparenz und vor allem Prozesssicherheit. Das sind alles Dinge, die halt Kunden genannt haben, was für sie wichtig ist. Also die wollen eigentlich nicht eine einfache Datenschubser haben, wie ich es mal lapital sage, wo Daten aus dem einen System ins andere übertragen werden, sondern die Prozesse sollen noch dann an der Stelle deutlich weitergehen. Und da habe ich auch mal ein Beispiel vorbereitet. Da gehen wir jetzt mal als Beispiel in Business Central rein. Leider ist meine Sitzung abgelaufen und meine Lizenz läuft auch bald ab, aber sechs Tage, das schaffen wir noch. Das heißt, zum Thema Transparenz. Ich habe jetzt auch dann die Zeichnung als Element in das ERP-System übernommen und wir sehen jetzt, habe ich hier von einem Artikel zwei Zeichnungsrevisionstände A und B. A ist gesperrt und B ist freigegeben. Jetzt ist häufig die Frage, wo steckt eigentlich eine Zeichnung überall drin? Also ich möchte Transparenz haben. Das bedeutet, über einen sogenannten Zeichnungsnavigate geht das System hin und listet mir alle Objekte auf, wo die Zeichnung zugeordnet ist. Das sind also dann nicht nur Stücklisten und Artikelstämme, sondern wir sehen auch, es steckt eine Einkaufszeile drin in zwei Fertigungsaufträgen, in der Service-Stückliste und in der Fertigungsstückliste. Und wenn ich auf erledigte Belege gehe und dann die Suche noch einmal starte, kriege ich auch Elemente mit dem Archivstatus angezeigt. Das heißt, ich könnte genau sehen, wo ist das Teil eigentlich verbaut worden, auch bei alten Fertigungsaufträgen und kann danach vollziehen, wohin wird das ausgeliefert. Jetzt sehen wir hier, Fertigungsauftrag, Komponente waren vorher zwei, jetzt sind es drei, weil dahinter steckt dann auch ein alter, sprich ein beendeter Fertigungsauftrag. Also die Transparenz ist hier dann komplett gegeben, aber zu Prozesssicherheit gehört eigentlich noch viel mehr dazu. Und hierzu auch ein Beispiel. Ich gehe mal auf einen Produktionsauftrag drauf. Ich habe hier einen festgeplanten Auftrag über dieses sehr schöne Tourenrad. Ich sortieren wir eben um. Und hier habe ich jetzt in dem Fertigungsauftrag, ist ein klassischer mehrstufiger Produktionsauftrag. Hier habe ich eine Baugruppe Kette. Und wenn ich jetzt mal auf die einzelnen Komponenten gehe, sehe ich, dass auch hier in der Baugruppe Kette komplett die Kette selbst drin steht. Da haben wir sie. Und hier habe ich noch die Revision A drin stehen. Und die Revision A hat dann halt den Status gesperrt. Der Techniker ändert in der CAD den Status einer Zeichnung. Die Statusänderung geht komplett durch ins ERP-System und führt zum Beispiel dazu, dass ich einen Fertigungsauftrag, dem eine gesperrte Zeichnung zugeordnet ist, nicht bebuchen kann. Oder in diesem Fall kann ich auch den Status nicht ändern und den Auftrag freigeben. Das heißt, hier kommt direkt ein Hinweis. Achtung, es geht nicht, weil in dem FA steckt eine Zeichnung drin, eine mechanische Zeichnung der Revision A, die nicht verwendet werden darf. Also an der Stelle hat das Sperren der Zeichnung im ERP-System die Auswirkung auch, Entschuldigung, im CAD-System auch Auswirkungen auf die Prozesse im ERP-System. Gut. Und ich denke, auch da haben wir eine Umfrage, Mick, oder? Ja, genau. Auch hier haben wir eine Umfrage. Unsere Frage an wie ist, nutzen Sie eine integrierte Stiftstelle zwischen Ihrer Konstruktionsabteilung, Designabteilung und der Produktionsabteilung? Auch hier gibt es nur Ja oder Nein, sodass wir relativ schnell gleich sehen können, Hopp oder Top, A oder B. geben wir dem Ganzen noch einen Moment Zeit. Michael, was machst du denn? Wir müssen ja eine Umfrage nutzen ja 77% des Mittelstands, keine integrierte Schnittstelle, oder? Richtig. Also wir haben auch eine Umfrage gemacht, die sicherlich halt dann jetzt nicht ein paar hundert Unternehmen umfasst, sondern wir haben einfach mal Workshops gemacht und unsere Kunden befragt, die auch klassische Mittelständler sind. Und bei vielen Unternehmen ist es der Fall, dass sie sagen, nein, also ungefähr drei Viertel, wir haben noch keine integrierte Schnittstelle, das heißt, wir setzen eigentlich eine biologische Schnittstelle ein und auch 50% sagen, dass durch diese mangelnde Integration sicherlich vermeidbare Mehraufwände und Mehrkosten entstehen. Ja, da bin ich mal gespannt, was unsere Gruppe nun sagt. Wir werden mal das Ergebnis übertragen. Ja, wir nutzen eine Schnittstelle, sind 55% und nein, wir nutzen keine Schnittstelle, sind es 45%, das heißt, ja, das ist an dieser Stelle, haben wir es also mit doch Unternehmen zu tun, die doch hochgradig schon in die richtige Richtung denken. Ja, aber wir sprechen immer noch über 55 zu 45, also ich denke mal, der Faktor ist dann halt nicht zu vernachlässigen und wie gesagt, es geht auch schwerpunktmäßig um das Thema der Prozesse, die übergreifend sind. Wir haben bei unserer Umfrage ja nicht berücksichtigt, ob die, wir sprechen nur über eine Integration, aber nicht halt, ob die Prozesse auch integriert sind. Aber die Zahlen haben sich schon deutlich verbessert. Das ist schon mal sehr schön. Springen wir mal zum nächsten Punkt. Auch ein typisches Beispiel, was über mehrere Abteilungen geht, ist das Änderungswesen. Dabei werden eigentlich Änderungsprozesse abgebildet, die zwischen verschiedenen Abteilungen stattfinden. Ein Änderungsprozess wird ja eigentlich nicht nur von der Konstruktion angestoßen, sondern häufig von der Produktion, vom Verkauf, wo auch immer, wo erkannt wird, ein Produkt ist nicht so, wie es sein sollte. Dann wird, wir haben es mal technische Änderungsmitteilung genannt. Das ist also der Informationsfluss von der Fachabteilung zur Konstruktion, der wird erstellt. Der Konstrukteur prüft das Ganze. Es wird ein Änderungsauftrag erzeugt. Der geht zurück an die Fachabteilung. Und da stehen To-Dos drin. Und diese Aufgaben basieren auf Aufgabenvorlagen. Das werden wir auch gleich noch sehen, wo genau erklärt wird, wer was machen muss. Der Konstrukteur hat die Möglichkeit, die Abarbeitung dieser Aufgaben aktiv zu überwachen. Und erst dann, wenn alle Aufgaben erledigt sind, prüft er das nochmal und kann dann den Änderungsauftrag abschließen, sodass wir wirklich eine Transparenz und eine Dokumentation von Änderungen im System haben. Und das ist etwas, was ja gerade in vielen Bereichen, wenn ich halt an die Automobilindustrie teilweise liefere oder wenn ich dann an die Luftfahrt liefere, sind das natürlich ganz wichtige Punkte dabei. So ein typischer Änderungsprozess sieht dann eigentlich so aus. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen bunt dargestellt. Meine Fachabteilung, die erzeugen so eine Änderungsmitteilung. Die geht an den Konstrukteur. Der prüft das Ganze und hat dann die Möglichkeit, entweder das Ganze abzulehnen. Dann geht das zurück. Auch das Ablehnen wird in der Änderungsmitteilung dokumentiert. Oder er akzeptiert das Ganze. Dann wird ein sogenannter Änderungsauftrag erzeugt, wo er reinschreibt, verbal, aber auch dann mit fest hinterlegten Zeichnungen und Informationen, was er eigentlich gemacht hat. Und es entstehen aus diesem Änderungsauftrag Aufgaben für die Fachabteilung. Beispielsweise die Arbeitsvorbereitung muss unter Umständen Arbeitspläne ändern, weil eine Bohrung sich vergrößert hat. Also muss ich auf eine andere Maschine gehen. Der Einkauf muss halt mit den Lieferanten sprechen und die neuen Zeichnungsstände bekannt geben. Der Vertrieb muss unter Umständen mit dem Kunden Rücksprache halten und sich diese Zeichnung freigeben lassen. Und erst wenn diese Aufgaben bestätigt sind, läuft das Ganze dann wirklich in das System ein. So, da habe ich auch mal ein Live-Beispiel vorbereitet, was wir uns mal angucken können. Jetzt gehe ich mal aus meinem festgeplanten Fertigungsauftrag raus. Das ist jetzt das Rollencenter, was wir dort haben. Ich habe jetzt einmal die technischen Änderungsmitteilungen stehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal draufgehe auf die Genehmigte, sehe ich, es gibt eine genehmigte Änderungsmitteilung. Und zwar, die kam von der Produktion. Das war der Benutzer M. Hering. Der hat gesagt, die Maße der Kette passen nicht. Sie ist insgesamt zu lang. Und er bezieht sich dabei auf den Artikel PDM 1300, aber eigentlich auf die Zeichnung der eigentlichen Kette. Und es gibt auch Stücklisten, Bemerkungen. Jetzt ist es eine relativ einfache Baugruppe, aber man kann sich vorstellen, die baugeweiten paar hundert Informationen, dann reicht die Beschreibung eigentlich normalerweise nicht aus, die auf der Hauptseite getroffen wird. Und darum kann man noch dem Konstrukteur eine zusätzliche Informationen mitgehen. Diese Komponente ist jetzt genau gemeint. Wenn der Konstrukteur dann diesen Änderungsauftrag annimmt oder die Möglichkeit, ihn abzulehnen, wird ein sogenannter Änderungsauftrag erzeugt. Der Änderungsauftrag, den wir haben, ist freigegeben. Das heißt, er wurde schon in die Fachabteilung übergeben. Hier habe ich die verbale Beschreibung der möglichen Änderungen. Ich habe hier die Information über die Zeichnung, die sich halt dann geändert haben, wo er auch schon direkt nachgucken kann, was passiert ist. Und ich habe hier unten die Aufgabenvorlagen. Das heißt, die Arbeitsvorbereitung musste die Arbeitspläne überprüfen oder überarbeiten. Ist schon erledigt. Und das ist der Kollege, der es gemacht hat. Die Produktion hat bestehende Fertigungsaufträge schon abgeändert und umgearbeitet. Ist auch bestätigt. Der Einkauf hat die Lieferanten informiert. Das ist auch bestätigt. Und jetzt ist nur noch der Vertrieb, der irgendwas nicht gemacht hat. Das ist noch nicht begonnen. Aber auch das erkennt der Konstrukteur. Jede Aufgabe hat ein Fälligkeitsdatum. Und hier sehe ich halt, eine Aufgabe ist in Summe noch offen, die nicht erledigt ist. Es gibt keine aktuell fälligen und keine überfälligen. Aber wenn ich jetzt in den erledigten Auftrag reingehe und würde auch dann hier die Status ändern von nicht begonnen auf begonnen oder auf erledigt, Entschuldigung, sehen wir an der Stelle auch direkt, ist es keine Aufgabe mehr offen und ein Änderungsauftrag ist frei oder bereit für die Beendigung. Das heißt, hier kann der Konstrukteur nochmal draufgehen und prüfen. Und erst wenn das alles in Ordnung ist, quasi das Vier-Augen-Prinzip, wird dann der Auftrag endgültig beendet. Gut. Ich glaube, auch dazu haben wir eine kleine Umfrage, Mick. Ja, genau. Und zwar die Frage an Sie. Wie sieht Ihr Änderungsmanagement aus? Nutzen Sie manuelle Prozesse wie E-Mail, Telefon oder wie Michael das eben so schön gesagt hat, das biologische Änderungsmanagement? Oder nutzen Sie schon elektronische Workflows wie zum Beispiel Microsoft Flow oder andere Workflows, die man einsetzen kann? Oder sind Sie aber schon so weit, dass der Änderungsprozess bei Ihnen im ERP-System integriert ist? Das ist die Frage, die wir in Sie haben. Ja, dann waren wir gespannt, Michael. Änderungswesen, Änderungsmanagement ist ja nicht nur eine Sache der Konstruktion. Das ist richtig. So, dann wollen wir mal sehen, wie das Ergebnis ist. Wir geben noch einen kurzen Moment Zeit. Jetzt haben gleich alle Teilnehmer mitgemacht. Wir schließen die Umfrage, übertragen das Ergebnis. 50 Prozent sind noch bei dem biologischen Änderungsmanagement. 30 Prozent nutzen schon elektronische Workflows und 20 Prozent haben sogar schon Änderungsprozesse im ERP-System integriert, Michael. Ja, perfekt. Also, ich denke mal, das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung. Viele Systeme bieten halt dann Workflows an, die sowas halt abbilden. Aber das Thema, dass etwas wirklich komplett so stark zwischen CAD-Autorin-System und ERP-System integriert ist, das ist halt leider noch relativ selten. Aber dann bin ich schon mal ganz froh, dass ich da nicht ganz so weit von der Realität weg bin. Werfen wir noch mal einen Blick auf das letzte Thema, und zwar Orchestrierung von Produktdaten. Da ist die Ausgangssituation. Wir haben in der Regel verschiedene Sichten auf ein Produkt, nämlich erst mal ganz klassisch, wenn wir es einfach nehmen, die Konstruktions- und die Produktionssicht. Wir haben halt natürlich die Motivation, dass man das Ganze dann harmonisiert, weil das Änderungswesen wird dadurch einfacher, Terminänderung wird einfacher und ich kann eigentlich flexibel reagieren. Und das Ziel ist natürlich halt auch die Kostenreduzierung, eine höhere Termin teuer und eine bessere Flexibilität. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber da habe ich mal ein Beispiel genommen für die Konstruktionssicht. Ich weiß nicht, ob wir da Zuhörer aus dem Fahrzeugbau haben, aber wenn man sich damit auskennt, es gibt einen Palettenkasten, den viele LKW in der Regel haben, und es gibt einen Halter-Palettenkasten und das zusammen ist dann die Baugruppe Palettenkasten. Das ist die Sicht, wie ein Konstrukteur etwas konstruiert. Wenn wir in die Produktion reingehen, habe ich auf der einen Seite meine Stückliste und da kann es sein, dass ich den Halter für den Palettenkasten vielleicht ganz unten brauche. In der Schweißerei wird der schon ans Fahrgestell geschweißt, während der Palettenkasten selbst vielleicht erst in der Endmontage montiert wird. Und das führt natürlich logischerweise zu Problemen, wenn ich halt mit Fertigungsstücklisten in der Produktion arbeite. Das ist einmal, ich habe eine aufwendige Materialbedarfsplanung, die eigentlich mir überhaupt keinen Mehrwert gibt. Also klassischerweise der MRP-Lauf funktioniert da nicht richtig. Ich habe Lieferrückstände, weil ich Fehlteile habe. Auf der anderen Seite baue ich unnötige Lagerbestände auf. Und bei Terminveränderungen und Stücklistenänderungen muss ich das Ganze eigentlich manuell synchronisieren. Grafisch kann man sich das vielleicht auf dem Zeitstrahl so vorstellen. Ich habe irgendwo einen Bedarfstermin gemäß Stückliste. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt den Palettenkastenhalter in die Endmontage ansiedle, also diese ganze Baugruppe Palettenkasten, aber der tatsächliche Bedarfstermin ist dann vielleicht viel früher, nämlich in der Schweißerei, führt das logischerweise zu einem Fehlteil, weil das ERP-System das zu einem späteren Zeitpunkt erst terminiert. Und im Umkehrschluss gehe ich den anderen Weg. Mein Bedarfstermin gemäß Produktionsplanung, den lege ich nach vorne, weil ich jetzt vielleicht die ganze Baugruppe in Richtung Schweißerei an meine Produktstruktur anhänge, habe ich aber erst einen späteren Bedarfstermin, führt das zu einem hohen Lagerbestand. Und wenn dann noch Terminverschiebungen dazukommen, dann ist eigentlich Fehlteile und das Chaos in der Produktion dann vorprogrammiert. Und aus meiner Sicht müssten auch dann moderne ERP-Systeme in der Lage sein, nicht nur aus Stücklisten verschiedene Sichten abzuleiten, sondern es müssten diese verschiedenen Sichten auch dann so integriert sein, dass sie auch dann bedarfsrelevant sein können. Gut, ich denke mal, das war jetzt auch mein Teil. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Aber ich glaube, der Mick, du möchtest noch ein paar Sachen erzählen? Ja, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Wir sind super im Zeitplan. Ich will doch noch mal die Umfrage starten, die wir eigentlich am Anschluss noch haben. Und zwar, haben Sie unterschiedliche Sichten, Sie persönlich in Ihrer Firma, auf ein Produkt, auf ein Bauteil? Nein oder Ja? Und wenn Ja, ist das dann eher wieder manuell? Oder greifen Sie da auch schon auf ein ERP-System durch? Wie sieht das bei Ihnen aus, die verschiedene Sichtweisen? Das heißt, hier können Sie mehrmals klicken. Nein, natürlich nur einmal. Und bei Ja mindestens dann zweimal Ja. Manuell oder Ja, ERP-System. Dann sind wir ja schon fast durch mit unserem heutigen Webinar. Fast on time. Wir haben noch ein paar Sekunden. Jetzt sind wir auch gleich da, sind wir auch schon fertig. Ich schließe jetzt mal die Kurzumfrage, unsere letzte. Und hier ist das Ergebnis. Haben Sie unterschiedliche Sichten auf ein Bauteil? 20% sagen Nein. 50% sagen Ja, haben wir. Davon sind es 30%, die sagen manuell. Und 40% machen das sogar schon, entwickeln das schon über das ERP-System ab. Michael, das ist schon eine coole Zahl. Das ist schon mal nicht schlecht. Perfekt, sehr gut. Klasse. So. Ja, damit sind wir am Ende unseres Webinars. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir haben ein paar neue Neuheiten mitbekommen. Sie können sich jetzt vorstellen, wie es sein kann, wenn eine CAD-Integration, ein Änderungsmanagement, Revisionsmanagement im System abgebildet werden kann. Weitere Informationen hierzu gibt es auch in unseren Whitepapern, die wir speziell zu diesem Thema aufgesetzt haben. Das wäre das Whitepapern, Harmonisierung von Stücklisten oder eben in diesem Fall das Produktdatenmanagement. Alle Webinare können Sie auch weiter im Nachgang sehen. Das haben wir, glaube ich, auf der nächsten Seite. Genau, unsere Webinarserie. Wir haben auch noch ein paar spannende Webinare aus der diskreten Fertigung für Sie an Bord. Zum Beispiel die abteilungsübergreifende oder die Transparenz in der Kalkulation und das abteilungsübergreifende Änderungsmanagement. Ja, wir bedanken uns an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ganz, ganz wichtig, Michael. Du bestehst natürlich auch nach diesem Webinar noch für jedwählige Fragen und Antworten zur Verfügung. Richtig. Und da kann man gerne halt dann einen Termin vereinbaren und auch dazu besteht die Möglichkeit, diesen Termin bei uns auf der Landingpage zu vereinbaren. Da freue ich mich drauf. Jetzt liegt es an Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.